hey leute ich bin zwar wieder und jetzt habe ich einen gast dabei nämlich lego star streak 333 ja er hat jetzt bei mir übernachtet weil ich gestern geburtstag hatte da habe ich den tour von ostland bekommen der so groß ist hier habe ich schon aufgebaut und dann ja was gibt es noch zu sagen also das review davon werde ich wahrscheinlich machen nur ich musste die beiden videos dann zusammenschneiden weil das sonst von der länge nicht hinkommt und ja sonst ist das eigentlich kein problem ja wer sich das jetzt auch holen möchte auf jeden fall zuschlagen das ist richtig cool ja dann kommen wir mal zum neuen mock also das ist jetzt die basis bisher wird dann hier noch so eine art garage hinkommen und so ein landeplatz für den ganche vielleicht werde ich mal gucken ja und davor das wird halt noch detaillierter werden und dann schaue ich mal was ich da machen kann ja das war es jetzt eigentlich schon also lego technisch habe ich sonst eigentlich nichts gemacht weil ich halt geburtstag hatte möchtest du noch irgendwas sagen nein gut er möchte nichts sagen ja dann abo empfehlung an lego star streak 3 danke ja bitteschön abonniert auch wer ist eric und der commander blitz ja abonniert bewertet und kommentiert und schau bis zum nächsten mal tschüss